Und fünf, sechs, sieben, acht! Poppy ist die Anführerin der Trolls und sie kann nichts dafür, dass sie so wahnsinnig happy ist. Alle gehen heute auf die Partypiste, denn ich setze jeden auf die Gästeliste. Lasst die Haare wehen und feuert mit mir. Spaß und Lieben gibt es hier. Macht mit, zeigt mir euren Trolls-Dancing. Mach mit, zeigt uns deinen Trolls-Dance und werdet Teil der Trolls-Tänzer.